So mein moin und herzlich... na nicht herzlich willkommen, äh... Hi zurück! Ähm, ja, ist was passiert. Und zwar, wo ich vorhin, oder gerade eben, auf Pause gedrückt hab, hab ich nicht so Escape gedrückt, sondern war hier im Inventar. Und dann läuft die Zeit ja weiter, auf einmal war's dunkel. Ähm, und da fällt mir auch noch grad wieder ein, ich hab die Musik vergessen, Sekunde... Da tun wir mal schnell so... So... Okay, und zwar, äh, ja, da wurde es auf einmal dunkel, und da kam ein Skelett angeschissen, hat mich hier schon verletzt, Creeper kam noch, da hat mir nichts weggesprengt. Und ja, da hab ich einfach mal hier gepennt, und jetzt geht's einfach weiter. Soviel verpasst habt ihr mich. Ist auch nicht so lustig mit anzugucken. Aber wir begeben uns mal weiter. Auf die Reise! Ah! Ja! Oh! Oh, ich dachte jetzt mal da... Jetzt kommen wir anscheinend in der Wüste. Schlacht mal mal auf die Kur. Oh! Oh! Verrottetes Fleischhutzen! Du! Dich brauchen wir ja nicht. Okay, und durch können wir mal die Wüste. Huh! Entspannend! Oh, Knochen! Die Wüste soll jetzt noch viel größer sein. Und bevor... Das testen wir jetzt einfach mal. Gehen wir einfach mal los. Genau in die Richtung latschen. Und fertig ist... Ja! Ich finde die Textur so geil. Und dort sind übrigens das ähm... LB Photo Realism 256 Pack. Und das sieht richtig schön aus. Ich fülle. Da kommen wir nicht klar. Und die Steine hier. Hui! Hui! So. Oh! Wüste schon fertig. Oh! Wo ist mein Wasser? Was ist mein Wasser? Oh! Das muss ich gleich ändern. Ist das so ein Wasser-Water-Shader? Wow! Und zwar das für den Water-Shader installiert. Wo das Wasser so richtig schön aussieht. Das ist das mal eben verloren gegangen. Anscheinend. Komisch. Wenn wir ein bisschen Part 3 nichts finden, dann schlagen wir einfach unser Quartier irgendwo auf und fertig ist. Das ist dann hier schon die beste Lösung. Und dann verhacken wir uns hier ein bisschen überreinig. Genug gelabert, oh, da scheint es bergig zu werden, endlich. Keine Höhle, ich dachte schon, ich dachte schon, aber das war es dann doch nicht. Nein, der ist scharf. Ich brauche dich nicht scharf. Der schaut doch schon mal gut aus. Jetzt fängt er schon mal an. Ich habe mehr Glück. Schick. Ich meine, guck mal kurz. Da an. Dann steigen wir hier mal hoch. Oh, bitte noch. Oh ja, 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 ja. Schön, schön. Oho. Schönes Bergmassiv hier. Joa, ich denke hier bleiben, wa? Auf jeden Fall. Das kann man so anlegen. Gucken wir mal schnell, wo wir uns niederlassen. Für den Augenblick. Vielleicht für immer. Wer weiß. Oh ja, das sieht mal fett aus. Wow. Hey, wir haben eine Schlucht gefunden. Schön. Das sieht auch mal toll aus hier. Wie geht da so schön rein? Ja doch, hier bleiben wir. Dann können wir die Schlucht erkunden. Und was nicht alles einmal. So, wie viel Cobblestone? 42. Kann man uns mal einen billigen Weg hier rüber bauen? So. So. Und dann so. Und hoch hier. Schweinchen. Nein, spring doch nicht weg. Ich brauch dein Fleisch. Und auch deins. Du gibst mir. Du gibst mir doch was. Oh, was war? Jetzt haben wir ja so einen verschissenen Zombie. Ja, wie kommen wir da jetzt am besten hoch? Ja. Ich muss ja einfach reingehen. Ja. Das sieht doch jetzt. Oh. Kein Rückwegung. Kein Ausweg. Ja. 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 Da kommt noch einer. Oh. Na. So. Oh. Machst mir keine Schaden hier. Oh. Oh, schöne Kohle. Ja. Da hab ich mal eine schöne Kohle gefunden. Will ich massagen. Aber. Wenn mir da keine Ausweg. Boah. Weck mich am Arsch. Boah. Wo kommt denn der her? Wo kommst du? Ach nee. Wo kommt denn der her? Wo kommst du? Ach nee. Ja. Ich würde sagen, wir haben einen Spawner gefunden. Das Glück ist uns voll. Das hätte ich ja mal einen Zufall. Boah. 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 Du Drecksau. Boah. 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 Weed. Kann man immer gebrauchen. Kokobohnen. Und Eisen. Hey. Das find ich ja mal richtig toll, das wir hier rot verasaill прирderen finden. Und es wird dunkel. Irgendwann ist nochmal ein Spawner zu holen. Ja komm. Gucken ob wir es schaffen, wollen wir überleben, ich will schlafen, ich bin mal gespannt, müsste ich ja eigentlich ausgehen, hey, jetzt haben wir schon mal in der Nacht einen Monsterspawner gepennt, kann ja auch noch nicht jeder von sich behaupten, so, gut, dann wissen wir auch, dass es das hier gibt, Boah, jetzt haben wir hier richtig erschreckt, diese, dieser Arsch, boah, schön, 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 ich würde am liebsten da oben hingehen, aber schau, wie es hier oben aussieht, wenn wir hier irgendwie hochkommen, hmm, ja, kramen wir uns mal mit Mühe und Not hier hoch, ach, mit Mühe und Not. Oh, sehr schön, und hier gilt nicht, dass jetzt ein Krieger von oben angeschissen kommt, das wäre nicht gerade so sexy, so, ja, leck mich am Arsch, oh, ja, Ich denke mal wirklich, dass wir da hinten hochgehen, eine Brücke hierher bauen, weil wir haben auch nicht allzu viel Platz auf der Schuhe, oder, schauen wir mal hier rüber, Und guckt euch den Wald an, oh, ja, da wäre einiges zum Abholzen dran, richtig schön, richtig schön, ja, So, die Quarge ist ja jetzt, wenn wir jetzt hier oben, bei der Kluft, ist da, oder, nein, wir gehen da rüber, Ja, ja, komm, wir gehen da rüber, da oben hin, auf jeden Fall, so, da ich sich mit dem Wasser jetzt mal fixen will, Ich sage jetzt schon mal, also, machen wir jetzt mal für den Part Schluss, oh, nee, vorher fressen wir noch ein bisschen was rein hier, oh lecker ja so ja diesem ausblick oder nicht auf das knappe sache die schlucht ist geil gut ja mit diesem ausblick hier vielleicht nochmal tschüss und dann sehen wir uns im part 3 wieder